Du suchst Investitionsmöglichkeiten mit einer super Rendite und einem tollen Cashflow? In diesem Video zeige ich dir einen Einfamilienhaus-Deal hier in Nordphiladelphia, der aus Sicht eines europäischen Immobilieninvestors sicherlich spannend ausschaut. Aber handelt es sich dabei um einen guten Deal? All das erfasst in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Im Auftrag von Investoren und gemeinsam mit Partnern kaufe, entwickle und verwalte ich Immobilien hier im Großraum Philadelphia an der Ostküste der USA. Im heutigen Video geht es um einen Immobilien-Deal, den wir gemeinsam so analysieren, als wirst du der Investor und das ist das Feedback, was auch unsere Investoren von uns kriegen. Schauen wir es uns an. Aber bevor wir uns jetzt das Haus im Detail anschauen und auch durchgehen, tu mir bitte einen Gefallen, lass mir ein Like da und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Das hilft dem Kanal und zeigt mir, dass du mehr solche Themen sehen möchtest. Danke vorab, auf geht's, Deal-Analyse. Zuerst klären wir, woher kam das Haus? War das ein Makler? Haben wir das so gefunden? Also, woher kam das Haus? In unserer Investoren-Community hat ein Investor dieses Haus gefunden und mich darum gebeten, mir diesen Deal anzuschauen, zu analysieren und auch hinzugehen. Aber ob es sich für diesen Investor um einen wirklichen Deal handelt und ob ich eine Kaufempfehlung abgeben würde, siehst du am Ende des Videos. Spannend ist neben dem Objekt selbst auch die Lage, denn genau in dieser Straße halten wir auch für andere Investoren Objekte. Von daher wären für uns aus unserer Sicht natürlich Synergieeffekte möglich. Aber darum geht es nicht. Hier geht es um das Objekt selbst. Trägt sich dieses Objekt für diesen Investor? Schauen wir uns den Deal zuerst mal bei Zillow an, denn dieses Listing ist auch online verfügbar. Den Link zu Zillow findest du natürlich auch in der Beschreibung dieses Videos, aber den verlinke ich dir auch in dem Excel, in dem wir nachher noch die Zahlen durchgehen werden. Auf geht's zu Zillow. Und da haben wir auch schon das gute Stück. Also Kaufpreis bei Zillow, 129.000 Dollar, ist anvisiert. Hier handelt es sich um ein 3-Bedroom-1-Badezimmerhaus. 1.000 Square Feet sind in richtigen Maßen so 95 Quadratmeter circa, also nicht groß und auf drei Schlafzimmer verteilt. 2254 North Chadwick in Philadelphia ist das Haus gelegen. Schauen wir es uns an. Da liegt es, da haben wir die City of Philadelphia, also hier unten ist die Altstadt. Noch ein bisschen rausgezoomt, da oben ist New York City, Baltimore und hier unten Washington D.C., also sozusagen genau in der Mitte. Philadelphia als sechsgrößte Stadt, und zwar geht es hier in den Stadtteilen North Philadelphia oder North Philadelphia West. Was sehen wir hier noch? Den Street View, der ist recht alt. Also wenn du dir das anschaust, das kann ein wenig abschreckend wirken. So schaut es da nicht mehr aus. Ich glaube, das Kind hier ist auch schon nicht mehr da. Da sieht man bei Google eigentlich immer, von wann die Aufnahmen sind, aber in diesem Fall ist da schon was passiert. Da ist ein neueres Haus, da sind schon ein paar Renovierungsarbeiten im Gange, also von daher, das ist nicht der aktuellste Stand. Aber interessiert uns in dem Fall auch nicht, sondern schauen wir uns das Objekt mal an. Was haben wir hier an Bildern? Ja, hier drüben, da ist eine Mauer und da sind ein paar Bretter davor. Hier drüben steht nichts, aber das Haus hier sieht von außen eigentlich ganz okay aus. Flashing hier oben sieht ein bisschen doof aus. Fenster, mal gucken. Aber so eigentlich ganz in Ordnung von außen. Was haben wir drin? Ja, da hätte jemand mal Staub wischen können vor dem Showing, aber nicht so schlimm. Da ist noch der Baustaub. Das hier oben ist eine interessante Art, die Decke abzukovern, die Trims zu machen. Farbe ist relativ neu, Fußboden. Das ist jetzt nicht die Oberklasse aus dem Home Depot, aber das ist okay. Küche. Ja, hat er irgendwie, glaube ich, guck mal hier unten. Das sind andere Cabinets als hier oben. Und das verkauft er sicherlich als Shaker-Cabinets, irgend sowas. Das hier ist alles Home Depot-Qualität. Gasherd. Eingang, Ausgang, hinten raus. Fußboden okay. Decke sieht aus wie im Office, aber egal. Ja, der Herd ist neu. Guck mal, da ist noch die Folie dran. Also der ist relativ neu. Die Küche haben sie neu gemacht. Nicht hochwertig und nicht super Qualität, aber das muss man in der Gegend eigentlich auch gar nicht. Dann haben wir hier nochmal das Wohnzimmer. Nochmal das Wohnzimmer. Treppenaufgang. Ja, das haben wir schon schlimmer gesehen. Das ist ein Schlafzimmer hinten raus. Das ist der Schornstein vom Nachbarn, also ist das das linke Schlafzimmer, wenn man hochkommt. Ja, genau. Wie viele Fußböden kann man in einem Haus verbauen? Egal. Dann haben wir hier Rauchmelder. Egal. Gut, immer noch dasselbe Schlafzimmer. Das ist das kleine Schlafzimmer dann hier in diesem Eckversatz. Also hier auch wieder andere Fußboden. Da ist ein Kleiderschrank. Ja. Ein kleines Bad. Hier ist so ein Plastik-Inlay. Also das ist wirklich so eine Plastik-Verschalung. Die gibt es als komplettes Set. Einfach reinbauen, Standardgröße. Fenster vielleicht neu. Da sind noch die Verkaufsaufkleber dran. Fußboden. Bisschen komisch. Ich hoffe mal nicht, dass das die einzige Heizung für dieses Zimmer ist, weil das wird ein bisschen kalt. Obwohl es nicht sehr groß ist. Keller. Dann haben wir eine Gasheizung hier stehen. Gas-Wasserheizer. Wir haben neue Rohre hier unten verlegt. Also zumindest keine Gusseisernen mehr, weil das immer pain in the butt, sowas rauszumachen. Und hier oben das Holz sieht nicht so schlecht aus. Also Cracks sehe ich keine auf ersten Blick und der Holzform ist auch nicht drin, wie es ausschaut. Jo. Was erfahren wir aus dem Listing? Facts zum Haus. Hat ein Pending Offer. Okay, das sind wir nicht. Das ist ein MLS-Listing. Was hat das Haus für Features? Townhouse, drei Bedrooms, wissen wir schon. 1915 gebaut. Gas haben wir gesehen. Und noch irgendwas? Newly Rehabbed. Guck mal. Townhome, six blocks von der Temple-Universität weg. Das ist korrekt. Also Temple ist eine ziemlich große Universität hier in Philadelphia. Die ist auch bekannt. Da ist eine Menge Healthcare. Und ja, also von daher mit Temple wächst eigentlich die Gegend. Neues Badezimmer und Küche. Lässt sich drüber schreiten. Na klar, schreibt der rein. Shaker-Cabinets, logisch. Fresh Paint und Fireplace. Fireplace habe ich jetzt nicht gesehen. Schauen wir nochmal. Also ich gehe mal davon aus, dieses Feature Fireplace ist nicht da. Oder News, weil es gibt keine, nicht ein Foto dazu. Okay. Was haben wir hier noch? Wir sehen jetzt den Value. Da wäre ein Deal gewesen. Guck mal hier, mit 69.000. Da hat er es gekauft. Sehen wir das hier? Genau. Am 2. Oktober letztes Jahr hat der aktuelle Eigentümer das Haus gekauft für 69.000. Und macht jetzt hier einen 87% Sprung auf 130.000. Ende des Jahres. Also er hat zwei Monate Rehab, Turnover gehabt. Nicht schlecht. Also wenn er das geschafft hat und diesen Preis realisiert, Hut ab. Das war schon länger am Markt. Der Eigentümer wollte zweimal für 80.000 verkaufen. 75, 75 und 69. Also dieser Flipper hier, der hat für 68 Dollar pro Square Foot das Haus gekauft. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass er hier nochmal 70 Dollar reingesteckt hat, beziehungsweise 60 Dollar reingesteckt hat pro Square Foot. Das würde man sehen. Oder 60 Dollar pro Square Foot sehen einfach mal anders aus. Das heißt, die Wertsteigerung, die er hier verlangt, sehe ich persönlich jetzt auf diesen Bildern hier noch nicht. Sei es drum. Was wissen wir hier noch? Wir sehen, die Steuern mit 554 Dollar pro Jahr ist das sehr, sehr günstig. Das ist halt North Philadelphia. Das heißt, da hat man noch Potenzial. Was sehen wir noch? Die Schulen. 3 und 2. Das ist wirklich das untere Ende der Skala. Neighborhood und so weiter und so fort. Comparables. Ja, genau. Also das sind die Informationen, die wir jetzt hier bei Zillow schon mal haben. Das war das Zillow-Listing, also die Ausschreibung bei Zillow. Schauen wir uns einfach mal an, was wir bei Zillow alles erfahren haben. Wir haben den Kaufpreis. Wir wissen die Steuern. Wir wissen ungefähr die Versicherung. Das ist unser Erfahrungswert. Und wir wissen, wie viele Einnahmen wir erzielen können. Und jetzt übertragen wir einfach mal alle diese Fakten in das Excel-Tool und sehen, ob sich der Deal auf dem Papier zumindest lohnt. Kommen wir zu den Zahlen. Jetzt aktuell siehst du hier ein leeres Google Sheets-Tool. Die Zahlen übernehmen wir gleich aus Zillow. Zu dem Tool selbst. Du kannst dir die Zahlen runterladen. Das Tool auch. Einfach den Link unter dem Video anklicken. Da kommst du dann auf dieses Google Sheets-Tool hier. Du kannst dann links oben in der Ecke auf File klicken. Du sagst dann Download. Und kannst du das als Excel-File auf deinen Rechner runterladen. Hast alle Formeln. Kannst selber damit rumspielen. Und vielleicht auch Eigenobjekte einfach mal damit analysieren. So. Dann kommen wir zu den Zahlen. Was wissen wir aus dem Listing? Wir wissen, dass der Verkäufer für dieses Haus 129.000 Dollar möchte. In der ersten Runde sagen wir, wir nehmen keinen Kredit auf und rechnen hier 100% Eigenkapital. Deswegen interessiert uns die Mortgage und die ganzen Laufzeiten erst mal nicht. Closing-Kosts. Das sind die Kaufnebenkosten. Kann man hier mit 5% circa ansetzen. Repairs sagen wir erst mal gar nichts. Also wir rechnen nicht mit Reparaturkosten, weil das Haus ist ja schon fertig. So. Steuern wissen wir, dass das Haus 554 pro Jahr kostet. Was sehr, sehr günstig ist. Dann haben wir die Versicherung für ein Haus dieser Größe in Philadelphia. Kostet circa 700 Dollar. Management-Fee mit 14% ist relativ hoch. Das ist einfach mit der Gegend verbunden. Maintenance. Das Haus ist wie gesagt von einem Flipper wohlgemacht. Da würde ich mit mehr Rückstellungen für Reparaturen und Instandhaltung rechnen. Other-Costs haben wir in diesem Fall nicht. Also irgendwelche Inspektionen sind da erst mal nicht mit inkludiert. Wie viel nehmen wir ein? Die Miete für ein Haus, diese Größe aktuell, sehr konservativ gerechnet in der Gegend, 1150 Dollar. Leerstand rechnen wir mal mit 5%. Also wenn hier ein Haus oder eine Wohnung leer steht, ist die recht schnell wieder gefüllt. So. Das beamt dieses Haus zu einem Multiple, also einem Faktor von 9,8. Also die Gesamtmiete, 8, 9 Jahre, in dem Fall, sagen wir 10 Jahre lang, ist quasi der Kaufpreis von diesem Haus, beziehungsweise das Totalinvestment. Die Brutto-Miet-Rendite liegt bei 10%. Klingt sehr verlockend, aus europäischer Sicht bestimmt. Caprate 6% und Cash-on-Cash-Return 5,8. Wenn man die Dividende von der Telekom-Aktie nimmt, sind wir bei 4%. Nimmt man die Dividende von AT&T, altes, klassisches Beispiel, sind wir bei 7, 8%. Von daher genau dazwischen, ob man sich für 5% den Stress mit Mietern geben möchte, weiß ich nicht. Ich würde es in der Form nicht machen. Wann wird dieses Haus interessant? Und zwar, wenn man es finanziert, dann ändert sich natürlich diese Zahl, das heißt der Cash-on-Cash, sofort. Aktuell bei 135.000 eingesetzten Kapital würde man jeden Monat einen Cashflow von 655 rauskriegen. Also 5,8%. Jeden Monat gibt es 655 Dollar, beziehungsweise im Jahr 7.854 Dollar. Wenn man jetzt sein Geld hebelt, also quasi den Leverage nutzt und sagt, wir möchten dieses Haus nicht Cash bezahlen, sondern wir fangen gleich an mit einer Bank und wir finanzieren es, dann sagt die Bank hier, du bringst bitte 25% Eigenkapital mit und kriegst dafür ein 75% Darlehen. Die Rate aktuell sind 4,10%, also 4,1%, Pi mal Daumen. Und die Amortisationszeit wird so ca. 25 Jahre sein. Das heißt, wir bringen hier mal 25% Eigenkapital nur mit. Das heißt, wir investieren hier nur 32.000 plus die Kaufnebenkosten, also 38.000. Und das beamt dieses Haus natürlich in ein Cash-on-Cash von über 10% knapp. Und das erreichst du mit keiner Aktie. Soweit ich weiß. Wenn du das mit einer erreichst, schreib mir die mal bitte unten in die Kommentare oder ETF, was auch immer. Da schaue ich mal nach. Das heißt jetzt aktuell ein 10% Cash-on-Cash-Return mit Principle. Warum können wir den hier mitrechnen? Ganz einfach, wenn du hier eine Bankfinanzierung machst, dann kannst du diesen Kredit sofort ablösen, wenn du im Lotto gewonnen hast, dir die Oma Geld gibt, was auch immer. Wenn du das Geld hast, kannst du den Kredit sofort ablösen, keine Vorfälligkeit, sofort verkaufen. Und deswegen können wir dieses Equity, was uns die Mieter jederzeit, jeden Monat in dieses Haus faktisch durch ihre Miete investieren, direkt mitrechnen. Und damit bringt uns das Haus 10% bei eingesetztem Kapital von 38.000. Ganz klar sind es 3.800 Dollar pro Jahr Cash-Flow. Das heißt 324 Dollar, der reine Cash-Flow 138 Dollar. Und damit wird das Haus eigentlich schon interessant. Schreib mir einfach mal in die Kommentare, ob du irgendwo ein Investment hast, was dir direkt 10% aus dem Stand abwirft. Überraschend gut, oder? Überraschend gut. Ich glaube, du hast auch noch 30.000 Euro Geld. Du hast viel Geld für den EDR. Das stimmt. Das stimmt. dann gibt es gleich blinds dazu wenn wir jemanden vom einbrechen oder vom ausbrechen abhaken ganz neuere küche aber das ist hier alles sehr günstig jetzt geben wir mal den Keller was haben wir hier? Gas Water hier haben wir schon Packs Gas Healer Ohne Abschlüsse so das war der Keller also da war jetzt nicht viel Schlimmes zu sehen alles richtig gut gemacht machen wir hier mal die Tür zu sonst haben wir hier neue Mitbewohner ja dann gehen wir mal hoch jetzt läuft es mal hier hinten raus da hat er ja schon gekockt kleiner Backroom da essen wir noch und noch ein Fenster links oben und dann haben wir hier noch ein zweites Schlagzimmer auf dem Absatz Second Bedroom ja cool ne Problem da gibt es keinen Schrank und hier gibt es auch keinen Schrank ja also müssen wir nochmal diskutieren ein Feedback in den Kommentaren unter dem Video und ein Abo des Kanals zeigt YouTube dass du hier was mitnehmen konntest und dass es hier mehr zu sehen gibt auch für andere Investoren von daher nicht vergessen Like Abo Glocke aktivieren das volle Programm so und jetzt schauen wir uns an was ist das Fazit aus diesem Haus für diesen Investor Fazit ist eigentlich das Haus war als Deal spannend und zwar im Oktober letzten Jahres also im Oktober 2021 nämlich genau zu dem Zeitpunkt als der jetzige Eigentümer dieses Haus für 69.000 gekauft hat und daraus natürlich jetzt so einen schlechten Fix und Flip gemacht hat bei solchen Fix und Flip Objekten ja da macht der Kauf aus Investorensicht meiner Meinung nach keinen Sinn die Fix Flipper Flipper Flippers die haben bei ihren Renovierungsarbeiten eigentlich nie ein langfristiges Ziel sondern die wollen wirklich nur kurzfristig einen Return machen das heißt die wollen das Haus schnell drehen drehen heißt sie haben es gekauft meistens mit Fremdkapital hoch verzinst halten es wollen es so schnell wie möglich schön machen und wollen es wieder loswerden und bei solchen Renovierungsarbeiten achten diese Jungs und Mädels nicht wirklich auf Qualität und ja das sieht man dann halt wenn man einfach mal hinter die Paneele guckt jetzt kann man natürlich bei einem neuen Haus oder bei einem frisch renovierten Haus nicht hinter die Paneele gucken und sehen wie die Jungs das gemacht haben sondern das sind Probleme die sich über längere der Sicht eben dann auftun das heißt man kriegt dann Wasserrohrbrüche morsches Holz und was auch immer Wassereinbrüche also da war alles schon da von daher bei Fix und Flip Objekten schwierig bei solchen Flippern gibt es hier das geflügelte Wort put some lipstick on the pick also die machen das Haus irgendwie nur hübsch vorne hui hinten pfui also eben pfusch das heißt die covern Probleme schön mit neuer Drywall also Trockenwand davor sieht man die Probleme unten drunter nicht und diese Probleme die kumulieren und kommen natürlich dann irgendwie auf längere Sicht raus und deswegen Finger weg bei Fix und Flip als Investor wenn du da selber wohnst dein Problem aber als Investor können wir nicht dazu raten dieser Flipper hat das Haus für 69.000 Dollar Cash gekauft gehe ich von aus von dem was ich gesehen habe im Haus stecken da nicht mehr als 20 vielleicht 25.000 Dollar Renovierungsarbeiten drin wenn überhaupt der Verkaufspreis mit 129.000 der ist sehr sportlich also dieser Deal lohnt sich für den Flipper aber nicht für den Käufer deswegen raten wir dem Investor von diesem Deal ab viel spannender ist wenn du mal genau hinguckst vor diesem Haus stehst links das Haus davon ja die Mauer die Mauer ist eigentlich ein Fenster und das Brett ist eigentlich eine Tür dieses Haus ist spannend denn rechts daneben da ist die Marge schon weg die hat sich der Flipper gekrallt links daneben das Haus das wäre ein Investitionsobjekt wo man sagen könnte okay selber Preis 60.000, 70.000 und dann die Renovierung selber machen das heißt man kommt am Ende bei 100.000 110.000 vielleicht raus aber man hat es richtig gemacht und man hat die Marge selbst von daher das wäre ein Deal aber dieses Haus da muss man dem Investor von abraten Finger weg und damit hast du es auch schon geschafft ich danke dir für deine Aufmerksamkeit wir sehen uns im nächsten Video bis dahin